Wir haben auch die Götze verteidigt. Auf der Matte 3, das Finale der Männer, gibt es das bis 81 Kilogramm. Hier stehen sich nebenüber Valentin Lager, Bayern und Felix Kurz, Württemberg. Das Kampfgericht dieses Finales besteht aus Herrn Schuppen, Nachwuchs und Herrn Lager. Das Kampfgericht dieses Finale der Männer, ist das bis 81 Kilogramm. Was ist mit Trüben? Was ist mit Trüben? Komm, weg, 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 weg! Nach vorne los! Genau, los, legen die Schulter runter. Und hier. Die Schulter.